Herzlich Willkommen zur 94. Folge des Mana-Einzug-Podcast. Ich bin der Jakob und beim Mana-Einzug-Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche, eine hoffentlich nicht zu heiße Woche. Ich habe wieder einen Gast am Start. Diesmal eine Woche später als gedacht. Und zwar die liebe Frau Hase. Hallo! Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist wieder die Frau Hase. Freut mich, dass du wieder Zeit gefunden hast. Wir hatten ja gesagt, wir hören uns die Woche drauf, was wir jetzt auch tun tatsächlich. Allerdings ist eine Folge zwischen reingekommen. Ich war bei Tobi bei der Underworld Championship und habe ein bisschen mit Flo, seinem Bruder darüber gesprochen, wie das Spiel so gelaufen ist, wie so generell der Ablauf ist. War auf jeden Fall sehr spannend. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört auf jeden Fall rein. Ich will an der Stelle nicht spoilern, denn Frau Hase weiß noch nicht, wer da gewonnen hat, beziehungsweise den Ausgang davon. Deswegen werde ich da jetzt nichts erzählen. Ja, aber auf jeden Fall, bevor wir jetzt direkt ins Thema starten, wollte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass es jetzt einen Mahnanzug-Patreon gibt. Das heißt, ihr könnt den Podcast gerne unterstützen, wenn ihr Bock darauf habt. Kriegt davon die Podcast-Folgen als MP3-Download einen Tag vorher vor Veröffentlichung bis hin zu Nennungen in den Shownotes oder Videobeschreibungen, wie ihr es jetzt auch schon sehen könnt, wenn ihr reinschaut, bis hin zu einem monatlichen Patreon-Call vom Höchstentier, wo wir über alle möglichen Dinge sprechen. Und dann verlose ich noch einmal im Monat eine Kleinigkeit von Ultimate Guard. Und das ist eigentlich schon, ja, alles dazu. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir gehen jetzt direkt in die Hauptphase. Wir haben jetzt nämlich Bloomborrow. Ist zum Zeitpunkt, wo jetzt die Folge rauskommt. Müsste seit einer Woche draußen sein. Und wir haben uns die besten fünf Commander aus dem Set rausgesucht und gehen so ein bisschen darauf ein, was sind so ein bisschen Strategien, die man mit den Commandern machen kann. Was kann man damit anstellen? Vielleicht auch nicht so nette Sachen. Und da würde ich sagen, fange ich gleich an mit dem fünften Commander. Den habe ich mir nämlich rausgesucht, und zwar Igra, die alles Verschlingende oder Igra, Eater of All. Für drei Schwarz und Grün eine legendäre Kreatur Elementarwesen Katze hat 6,6. Und eben Abwehr eine Speise opfern, was ein etwas seltsamer Abwehrtext ist. Aber andere Kreaturen sind zusätzlich zu ihren anderen Typen Speiseartefakte und haben zwei... Man kann sie für zweimal ertappen und opfern. Oder wie ich es gerne sage, tapfen. Und man erhält drei Lebenspunkte dazu. Und immer wenn eine Speise aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, lege zwei plus eins plus eins Marken auf Igra, die alles Verschlingende. Das ist dann im Prinzip so geregelt, dass natürlich der Commander sagt, man kann eine Speise opfern. Und die Kreaturen, die man eben hat, die anderen, sind halt alle Speisen. Das heißt, man kann immer eine Speise zahlen. Man hat automatisch quasi Speisen. Finde ich eigentlich ganz witzig, den Commander. Der wurde tatsächlich auch gespielt auf der Underworld Championship. Und es gibt so eine Karte, so eine richtige Pet-Karte von mir, die ich nie wirklich in Decks drin habe. Weil manchmal ist er doch nicht ganz so stark, aber manchmal ist er auch sehr stark. Aber ich müsste endlich mal ein Deck finden, wo drin ich es gut spielen kann. Und für dieses Deck passt das natürlich, weil alles sind ja Artefakte und Speisespielsteine. Und zwar das Viridische Fest. Oder ich glaube, Viridian Revel auf Englisch. Für eins und zwei grüne Verzauberungen sagt, immer wenn ein Artefakt aus dem Spiel auf den Friedhof eines Gegners gelegt wird, kannst du eine Karte ziehen. Das heißt, man hat auf jeden Fall sehr, sehr einfach, sehr, sehr viele Möglichkeiten, Karten zu ziehen. Nicht nur, dass es ja generell sehr viel Speisespiel, äh, nicht Speisespiel, Schatzspielsteine gespielt werden. Beispielsweise ganz viele verschiedenste Artefakte inzwischen gespielt werden. Ähm, nein, alles sind auch noch zusätzlich Speisen und Artefakte. Das heißt, man kann somit auf jeden Fall sehr gut Karten ziehen. Das ist wahrscheinlich dann schlimmer als ein rüstisches Studium, würde ich sagen. Ähm, eine andere Karte, die natürlich auch unheimlich stark in dem Deck ist, ist Kill Switch. Ähm, für drei Mana ein Artefakt, was man eben für zwei Mana tappen kann. Und sagt, man tappt alle anderen Artefakte. Und die enttappen nicht in den, ja, an Tapp-Steps der verschiedenen Spieler, solange diese Karte getappt ist. Das heißt, man tappt alle Karten, also alle Kreaturen von allen Spielern, zwar auch die eigenen. Ähm, allerdings enttappt das halt nicht für den ersten Spieler, für den zweiten Spieler, für den dritten Spieler. Und für einen selber, wenn man mit allem wieder enttappt, enttappt alles. Das ist halt eine sehr, sehr böse und sehr, sehr lustige Kombination, wie ich finde. Und was natürlich auch unheimlich stark ist, wenn man laufend Artefakte in den Friedhof legt, äh, oder beziehungsweise wenn halt Kreaturen sterben, ist eben der Marionettenlehrling, äh, für eins und schwarz. Eine Kreatur, Mensch, Handwerker hat eins, zwei und hat Fabrizieren eins. Das heißt, wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, lege eine plus eins, plus eins Marke auf sie oder erzeuge einen eins, eins farblosen Servo-Artefakt-Kreaturen-Spielstein. Und immer wenn eine andere Kreatur oder ein anderes Artefakt, die, beziehungsweise das du kontrollierst, aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Das heißt, diese ganzen Speisen, die man dann opfern kann für andere Shenanigans, sag ich mal, ziehen wieder Leben ab. Das ist halt unheimlich gut. Und eine letzte Karte, die gegebenenfalls auch, äh, ein bisschen Kombo-Potenzial hat, ist Experimentierfreudige Konditorin. Hier ist eben aus Wilds of Eldraine für zwei und schwarz, eine Kreatur, Mensch, Gesinde, hat zwei, drei und sagt, wenn die Experimentierfreudige Konditorin ins Spiel kommt, erzeuge einen Speisespielstein. Und immer wenn du eine Speise opferst, erzeuge ein eins, eins, schwarzer Ratte-Kreaturen-Spielstein, mit dieser Kreatur kann nicht blocken. Der Witz dabei ist natürlich, dass alle Kreaturen auch Speisen sind. Das heißt, wenn man die Kreatur, diese Ratte eben opfert, weil es ja eine Speise ist, für irgendwas anderes, dann bekommt man wieder eine Ratte und wieder eine Speise. In dem Sinne. Das heißt, wenn man irgendwie dann ein Sack-Outlet hat, irgendwas in der Richtung, was dann mit dem Marionetten-Lärling eben immer Schaden schießen kann, kann man damit relativ leicht infinite gehen, also unendlich keils Kombo damit machen. Finde ich eigentlich so generell ein relativ lustiger Commander, aber ich glaube, man muss bei dem auch so ein bisschen aufpassen, dass man den nicht zu oppressive baut. Was denkst du, Frau Hase? Also sagen wir es mal so, diese Wortkosten, da könnte jetzt genauso stehen, Opfere eine Kreatur. Also Abwehrschutz ist natürlich immer gut, um den Commander zu beschützen, aber das ist halt, also ich weiß nicht, das ist so ein Problem Commander, finde ich, weil der im Moment sehr, sehr gehypt wird. Und das geht Beilen, den wir später besprechen werden, auch so. Und das ist halt so ein Commander, der auch aufgrund seines Kombo-Potenzials dann immer so als Bastet verschrien ist. Und wie gesagt, ich finde halt solche Commander immer relativ schwierig zum Bauen, weil man selbst findet die ja eigentlich cool und möchte dann irgendwie ein faires Commander-Deck bauen, mit dem die anderen auch gut zurechtkommen. Und das Problem ist aber, dass die anderen, wenn sie den Commander sehen, immer vom schlimmsten Fall ausgehen müssen. Zurecht. Und womit sie natürlich auch Recht haben. Und wie gesagt, also gerade diese Sache aus Popularität, hohem Kombo-Potenzial und so weiter, das finde ich halt immer einerseits ein bisschen schwierig und andererseits auch ein bisschen schade. Ja. Ist auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich an der Stelle, dass das halt sehr schnell in die falsche Richtung gehen kann. Ja, absolut. Also auch wenn man es jetzt eigentlich gar nicht vorhat, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte halt ein nettes Deck bauen mit Food-Synergien, möchte dann eine große Katze haben und eventuell dann so Voltron-Style angreifen und mit Commander-Schaden gewinnen, da haben halt andere dann doch immer so im Kopf, ja, wann kommt denn jetzt die Kombo? Das stimmt. Aber selbst wenn man das irgendwie, also wenn er irgendwie noch Trampelschaden bekommt oder so, und selbst wenn man denn nicht auf eine Kombo bohrt, ist er trotzdem, wird er halt relativ schnell extrem groß, muss man sagen. Ja, absolut. Absolut. Also das Einzige, was so die Kombo so ein bisschen noch begrenzt, ist, dass man ja immer zwei Mana bezahlen muss, um die Speisen zu opfern. Ja. Das bleibt einem ja nicht erspart. Das stimmt, man hat irgendwelche Outlets dafür wiederum. Genau. Ja, deswegen habe ich ja mal als Ergänzung quasi diese Camellia-Kombo rausgesucht. Und zwar haben wir ja Camellia, die Saathorterin, legendäre Kreatur Eichhörnchen, Eichhörnchen-Hexenmeister. 3,3 kostet 1,1 schwarzes und grün, bedrohlich. Andere Eichhörnchen, die du kontrollierst, haben Bedrohlichkeit. Immer wenn ich eine oder mehrere Speisen opfer, erzeuge ich ein 1,1 grünes Eichhörnchen-Kreaturen-Spielstein und für zwei farblose Hamstern lege auf jedes andere Eichhörnchen, das ich kontrolliere, eine 1,1-Marke. Ja, es ist wie gesagt schon was Besonderes, dass man so die zwei Bestandteile für so eine Infinite-Kombo im selben Set hat. Findet man normalerweise jetzt nicht so. Gut, du hast natürlich, nö, nicht so oft. Gut, du hast natürlich das Mana-Problem, das löst aber ganz praktisch Aschnurts Alter. Und dann hat man ja eigentlich die Kombo zusammen. Und wenn man jetzt noch die Meisterin der Marionetten mit dazu nimmt, soll ich die auch vorlesen? Ja, lest die ruhig mal vor, ja. Meisterin der Marionetten ist eine Kreaturmensch-Handwerker kostet vier beliebige, zwei schwarze, eins, drei, hat Fabrizieren drei. Wenn die Kreatur ins Spiel kommt, lege ich drei 1 plus 1-Marken auf, sie erzeugt einen 1,1-farblosen Servo-Artefakt-Kreaturen-Spielstein. Und immer wenn ein Artefakt, das ich kontrolliere, aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, verliert ein Gegner deiner Wahl Lebenspunkte in Höhe der Stärke der Meisterin der Marionetten. Ja, genau. Und der Aschnurts Alter kostet drei, ist ein Artefakt, und man kann eine Kreatur opfern und zwei farblose erzeugen. Somit ist der Loop geschlossen. Genau, somit ist der Kreis geschlossen. Es sind zwar drei Bestandteile, die ich brauche für die Kombo, aber wie gesagt, wird genauso funktionieren mit Marionetten, Lehrling, experimentierfreudige Konditoren. Ja, beziehungsweise auch für diese Möglichkeit, Gegner zu pingen, gibt es ja inzwischen auch unheimlich viele Möglichkeiten. Blutkünstler oder was weiß ich alles. Also da kann man genug Redundanz reinbauen, dass man nicht mal Torenspielen muss und trotzdem irgendwie die Pieces zusammenbekommt irgendwie. Ja. Also da finden sich bestimmt noch mehr Kombos, wenn man dieses Deck da drauf auslegen möchte. Ja. Aber ich finde es deswegen auch lustig, man kann, also ich meine, wenn man jetzt den Leuten vertraut oder wenn man mit Freunden spielt und man weiß, das Deck ist jetzt nicht so drauf gebaut, dann ist es okay. Aber dann wiederum, wenn man sagt, man möchte halt einfach mal wirklich ein stärkeres Deck bauen, was halt auch mal einfach mal on the spot gewinnen kann, dann ist es halt auch eine ganz nette Sache. Ja, die Frage ist halt wirklich bei solchen Commandern, ob man dann halt wirklich schauen sollte, dass man das so stark wie möglich baut, um dann den Erwartungen auch zu entsprechen. Ich denke, das kommt immer darauf an. Also wenn man eine Gruppe hat, mit denen man sich gut kennt oder so, dann denke ich, das ist kein Problem. Wenn man jetzt aber weiß, man sitzt mit irgendwelchen Fremden am Tisch, dann hilft es wahrscheinlich schon mal, einfach mal das Deck kurz zu zeigen. So Leute, ich habe keine der Kombo, also ich habe nicht alle Komboteile im Deck, oder ich habe keine Tutoren drin zumindest und ihr seht es kommen, weil ich meine, man sieht es kommen. Also ich meine, du musst ja die ganzen Karten erstmal liegen haben. Das ist dann an der Stelle, denke ich, schon ganz okay. Aber ja, das ist so der erste Commander, den ich mir rausholt habe und ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf den Nächsten, den er rausholt hat, weil den hätte ich auch fast gerne reingenommen. Hättest du gerne. Ja, was ich dich noch fragen wollte, würdest du sie denn bauen wollen? Igra? Igra. Aktuell habe ich keine Bestrebungen, aber vielleicht kommt es. Muss ich mal schauen. Vielleicht. Würdest du denn Igra bauen wollen, oder? Eher weniger. Also ich habe ja schon mal versucht, ein Deck zu bauen mit Guillaume damals und ich musste irgendwie feststellen, Guillaume kann mich nicht leiden. Ja, also das Ding ist halt, ich habe ja angefangen, Magic zu spielen, da habe ich auch schon Golgari, das ist ja im Prinzip nichts anderes als so ein Aristokrat-Golgari-Deck, wo du opferst, mit dem Friedhof arbeitest und so. Habe jetzt schon ein paar Mal gebaut und so und das war jetzt immer so ein Thema, was halt schnell wieder auseinandergebaut worden ist, aber ich will es auf jeden Fall nicht ausschließen, weil ich finde halt diese, vor allem diese interessante Kompon mit veridisches Fest, dass man so viele Karten ziehen kann, dadurch finde ich einfach lustig. Ja, aber ich finde veridisches Fest ist auch eine super coole Karte, also die spielt man tatsächlich viel zu wenig, wenn man jetzt mal überlegt, wie oft irgendwelche Artefakte, Nicht-Kreaturen-Spielsteine im Friedhof landen. Also es muss tatsächlich dann nur was rein, was dann sagt, du hast keine maximale Handkartenzahl, wenn du mal die Verzauberung draußen hast, wirst du nämlich sehr, sehr viel ziehen. Ja, das denke ich auch, ja. Ja, aber finde ich auf jeden Fall trotzdem ein sehr spannender Kommando. Ich glaube, der wird auch viel gebaut, deswegen habe ich den auch mit reingenommen. Ja. Glaube ich auch. Dann gehen wir mal weiter. Dann gehen wir mal zu Flaps the Fool. Eine legendäre Kreatur Frosch Scout 05 kostet grün, blau und rot Temurfarben und ich kann ein zusätzliches Land in jedem meiner Züge spielen und immer wenn ich ein Land spiele oder einen Spruch spreche, ziehe ich eine Karte und wenn ich keine Karten in der Hand habe, wenn ich keine Karten in der Hand habe, ansonsten werfe ich eine Karte ab. Mhm. Mhm. Ja, das ist die Buyerbox Promo, die man dazu bekommt, wenn man einen Display im Local Game Store kauft. Und das ist ein netter kleiner Frosch, hat ein sehr, sehr schönes Artwork, kostet nur drei Mana und das ist tatsächlich mal relativ schwierig oder eine Herausforderung, um diese Karte ein Deck zu bauen. Oh ja. Weil wir haben hier einen Commander, da ist ein Effekt drauf, der schadet einem mehr, als dass er nützt und es gibt ja schon so lustige Ideen, so ein Temur Madness Deck zu bauen. Mhm. Oder man kann das Deck auch so bauen, dass ich dann halt immer Karten oben von der Bibliothek spiele. Mhm. Oder man kann eben auch versuchen, wie kann ich jetzt diesen Effekt nutzen, dass er mir einfach nützt. Und wie gesagt, es gibt tatsächlich so Ideen, den so in Richtung Madness zu bauen. Ich glaube, am einfachsten wird halt Landfall gehen wahrscheinlich. Mhm. Könnte auch ein Storm Commander werden. Also auf jeden Fall ist es sehr interessant und wird eine sehr interessante Mischung an Karten geben. Und naja, wie gesagt, Temur Farben, das heißt, es schaut schon mal relativ schlecht aus mit Reanimationseffekten aus dem Friedhof. Ja. Und ich hatte tatsächlich mit Bolle drüber schon gesprochen in der Folge. Madness sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, weil es gibt halt irgendwie nur 30 Karten oder so und die sind alle nicht unheimlich gut. Nee. Also wie gesagt, es wird wahrscheinlich auf irgendeine Mischung rauslaufen, dass man dann da einfach so ein valides Deck bekommt. Ja. Genau. Und ich habe jetzt mal zwei Karten rausgesucht. Das eine ist die Verzauberung Gesang der Schöpfung für ein beliebiges Grün, Blau und Rot. Gut, ich darf in jedem meiner Züge ein zusätzliches Land spielen und immer wenn ich einen Zauberspruch würde, ziehe ich zwei Karten und zu Beginn meines Endsegments werfe ich alle Karten aus meiner Hand ab. Ja, schon mal gut, dass wir halt einfach nochmal ein zusätzliches Land spielen dürfen und das Abwerfen im Endsegment, ja, das ist ja jetzt in dem Fall mal kein Nachteil, weil wir wahrscheinlich sowieso keine Handkarten haben werden, wenn wir erstmal Flaps draußen haben. Also und zwei Karten ziehen ist natürlich sowieso super gut. Ja. Und das ist einfach so eine Karte, die passt jetzt auch in kein anderes Deck, weil sie eben diesen Nachteil hat und ich denke mal, sie hat da ein schönes Plätzchen gefunden. Ja. Nee, finde ich auch, ja. Also ist halt einfach so eine Verzauberung, die sehr nischig ist, ne? Ja, absolut. Aber wie gesagt, dafür ist ja der Commander einfach schön, dass er so Nischenkarten eben auch einen Platz gibt, weil man denkt sich halt oft, oh, die Karte ist cool und die Karte ist toll, aber dann passt sie nicht in ein Commander-Deck. Mhm. Das stimmt, ja. Und deswegen habe ich ja auch die gute alte Library of Lang rausgesucht. Ja, vierte, fünfte Edition. Circa, ja, 96, ein Artefakt. Das besagt, ich kann meine Kartenabwerfphase überspringen und wenn mich ein Effekt dazu zwingt, dass ich Karten abwerfen muss, lege ich die oben auf meine Bibliothek anstatt eben in den Friedhof. Und wenn ich zufällig was abwerfen muss, darf ich mir die Karte anschauen, bevor ich sie abwerfen muss. Okay. Auch sehr nischig. Auch sehr nischig, aber ich werfe alle meine Karten, die ich abwerfe, nach oben auf meine Bibliothek ab. Mhm. Aber hat man tatsächlich gespielt im Jahr 95, 96 gegen diese ganzen Decks, die Mühlsteine und sowas gespielt haben? Mhm. Ja. Ja, sehr spannend auf jeden Fall, ja. Ich finde das halt auch so lustig, dass diese ganzen Karten, also die Karten, die du jetzt gerade erwähnt hast, das sind wirklich solche, die man jetzt gar nicht wirklich sieht. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Gesang der Schöpfung ist eine Karte, die, glaube ich, in irgendeinem Cringe-Pioneer-Deck schon mal irgendwie Spiel gesehen hat, oder war das Historic, wo ich es mal gesehen habe, wo man mit Walking Ballista und ganz verschiedenen Null-Mana-Zaubern im Prinzip schnell nachziehen kann und so. Ich finde auf jeden Fall die auch sehr, sehr lustig. Ich hatte lange überlegt, was gibt es da für Möglichkeiten. Ich habe so mir Gedanken darüber gemacht, wie man denn die Karten nutzen kann, die in den Friedhof gehen. Weil die meisten, die sind ja in der Regel weg, weil es gibt jetzt nicht, wie du schon richtig gesagt hast, nicht viele Reanimationsmöglichkeiten von Karten. Aber es gibt aus Modern Horizons 3, gibt es eine sehr coole Karte, zwar auch unter den Top 10 Karten von Tobi mit dabei gewesen. Also nicht Elder Demon Highlander, sondern der mich zum Magic-Spielen gebracht hat. Und zwar 6. Der kostet 2 in grün, ist eine legendäre Kreatur. Baumhirte hat 2,4 und sagt Reichweite. Und immer wenn 6 angreift, millst du 3 Karten. Also kommen wieder Sachen in den Friedhof. Und du kannst davon eine Länderkarte auf deine Hand nehmen. Und solange es dein Zug ist, haben nicht Land Permanentkarten in deinem Friedhof zurückverfolgen. Das heißt, du kannst Permanentkarten aus deinem Friedhof wirken, indem du zusätzlich zu ihren anderen Kosten eine Länderkarte abwirfst. Und das finde ich halt sehr, sehr stark, weil man eben diese Länder wieder auf die Hand zurückbekommt, durchs Millen an sich schon. Und man wirft dann halt vielleicht, man spielt dann irgendwas aus dem Friedhof aus, wenn man nicht mehr genug hat. Oder man zieht jetzt beispielsweise ein Land nach. Kann man überlegen, okay, ich würde sowieso eine Karte ziehen, weil man die Karte ja abwerfen muss, um diesen Effekt zu triggern. Und dann castert man dann die Karte aus dem Friedhof. Das heißt, du ziehst auf jeden Fall trotzdem eine Karte und musstest nicht mal irgendwas abwerfen oder wie auch immer. Also ich denke, da gibt es einiges an Value, was man generieren kann. Auch in die Richtung geht der Behälterkonstrukt aus Kamigawa für zwei Mana, ein Artefaktkreatur, Konstrukt hat 2.1. Man sagt, immer wenn du eine Karte abwirfst, kannst du sie aus deinem Friedhof ins Exil schicken. Falls du dies tust, kannst du sie in diesem Zug spielen. Das heißt, man kann theoretisch auch Länder abwerfen, die ins Exil schicken und dann aus dem Exil spielen und dann wieder halt was abwerfen und das wieder. Also man kann damit zumindest alle Karten, die man irgendwie abwirft, auch gleich wieder nutzen, um irgendwas zu spielen. Das kann natürlich dann auch Richtung Storm abdriften. Aber ich finde es eigentlich eine ganz witzige Sache. Auf jeden Fall. In die Richtung geht ja auch Materialkomponentenbeutel. Der macht ja auch was Ähnliches. Der passt da auch super rein. Ja, genau. Also solche Effekte würde ich auf jeden Fall spielen. Ich glaube, das macht total Sinn, die reinzutun. Und was halt auch noch viel Spaß macht, ist, wenn man irgendwie was triggern kann auf das Abwerfen. Da gibt es jetzt leider in Temur nicht so unheimlich viel und nicht so viel Gutes, sagen wir es mal so. Aber eins der eher besseren Sachen ist der mürrische Dachsaurier. Also für 3 und Rot ist das eine Kreatur Dachs. Dinosaurier hat 3,3. Das sagt, immer wenn du eine Kreaturenkarte abwirfst, lege eine plus 1, plus 1 Marke auf den mürrischen Dachsaurier. Dann immer wenn du eine Länderkarte abwirfst, erzeuge einen Schatzspielstein. Das heißt, so rampt man auch ein bisschen. Das ist auch ganz cool. Und immer wenn du eine Karte, die weder eine Kreatur noch ein Land ist, abwirfst, kämpft der mürrische Dachsaurier gegen bis zu eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Also das heißt, die hat irgendwie alles so ein bisschen drauf. Die wird relativ groß. Die lässt einen rampen dafür, dass man einfach Länder abwirft, was man wahrscheinlich eh oft machen wird. Und man kann sogar noch Removal daraus machen, weil der kämpfen kann. Also, ja, ich glaube, man kann mit Flups echt viel Schabernack anstellen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den bauen werde, aber wenn ich den bauen werde, werde ich auf jeden Fall noch sehr viel Zeit mit Deck brauen. Verbringen, denke ich. Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist einfach mal eine schöne Herausforderung, sich daraus ein wirklich funktionierendes Deck zu bauen. Und ich denke auch, die Strategie wird halt am Anfang sein, dass man sich einfach sehr, sehr stark rampt und auch schon schaut, dass man seine Hand leer hat und dann erst Flups spielt. Ja, das denke ich auch. Weil dann profitiert man am meisten davon, weil man dann ja Karten zieht, wenn man keine Karten auf der Hand hat. Ja, das denke ich auch. Oder man spielt dann eben Gesang der Schöpfung und kriegt die Hand sofort leer. Das gehe natürlich auch. Oder so, das funktioniert natürlich auch. Ja. Aber wie gesagt, oder man schaut, dass man wirklich Karten oben von seiner Bibliothek spielt und davon dann eben profitiert. Ja. Ja, ich finde auch mega lustig, dass dieser, das Artwork ist hier angelehnt. Boah, ich weiß jetzt, das Original nicht, aber ich werde es mal einblenden an, an, weiß nicht, aus eurem Kartenspieler oder auf jeden Fall, das ist halt irgendwie eine Anspielung auf irgendwas anderes aus der, sag ich mal. An die Tarotkarte der Nahr ist es eine Anspielung. Das war es, genau. Ja, der schaut genauso aus. Ja, das ist halt mega lustig. Ich werde es auf jeden Fall mal einblenden, aber ich finde es halt mega witzig, dass es da auf jeden Fall noch so Anspielungen gibt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich meine, ich finde auch der Commander, da habe ich echt viele Diskussionen gesehen, viele zerbrechen sich den Kopf darüber, wie man da ein Deck bauen kann, was nicht komplett jank ist. Aber ich glaube, das ist möglich. Und ja, wenn es mich überkommt, werde ich mir überlegen, das vielleicht mal zu bauen. Wie sieht es bei dir aus? Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Von den Nischenkarten her, die man reinpacken kann. Und ich denke mal, aufgrund dessen, dass man so nischige Karten hat, wird es jetzt auch nicht unbedingt ein teures Deck sein, was ich natürlich auch schön finde. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall einer der Commander, wo ich sagen würde, ja, den würde ich noch mal bauen und den ausprobieren. Und wie gesagt, wunderschönes Artwork. Ja, allein wegen dem Artwork kann man das. Allein, allein wegen dem Artwork, also zumindest, dass ich ihn mir mal besorge und in den Ordner packe. Ja, das könnte ich mir auch gut überlegen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu meinem dritten Commander, den ich mir rausgesucht habe. Und zwar ist es ein Teipel Commander. Und ich war ein bisschen, ja, ich finde den Effekt sehr cool. Ich lese ihn mal vor. Und zwar geht es um Brenn, der Unbarmherzige, oder The Relentless. Für zwei Blau und Schwarz, eine legendäre Kreatur, Ratte, Räuber. hat drei, vier, also auch nicht schlecht. Und zwar Abwehr zwei, also zwei Mana. Und falls eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, sterben würde, schicke sie stattdessen ins Exil. Und zu Beginn jedes Endsegments erzeugst du x1,1 schwarze Ratten, Kreaturen, Spielsteine mit. Diese Kreatur erhält plus 1, plus 1 für jede andere Ratte, die du kontrollierst. Wobei x gleich der Anzahl an Kreaturen ist, die dann den Gegner kontrolliert haben und in diesem Zug ins Exil geschickt wurden. Das heißt, man möchte mit dem Commander versuchen, die Gegner zu bringen, Kreaturen zu opfern oder man versucht sie einfach zu zerstören, aber in der Regel ist es in Schwarz am einfachsten, wenn man sie sie einfach opfern lässt. Und da geht auch ein bisschen in die Breite natürlich, weil man sagt, man muss ja da dementsprechend, kriegt man so viele Ratten, wie viele Kreaturen ins Exil geschickt worden sind unter den Kontrollen der Gegner. Und es ist ein bisschen Graveyard Hate an der Stelle. Das ist vielleicht das einzige Problem an dem Commander, dass man da vielleicht eine kleine Zielscheibe auf den Kopf kriegt, wenn man laufend die Kreaturen der Gegner ins Exil schickt, wenn sie in den Friedhof gehen würden, weil das mögen einige Decks tatsächlich, dass sie die Karten wieder beleben können oder nochmal irgendwie anderweitig nutzen können. Ja, das ist auf jeden Fall was, das muss man vorher ansprechen, finde ich. Also ich sehe halt, also er schaltet ja den Friedhof zum Glück nicht komplett ab, weil du kannst da weiterhin Karten millen und in den Friedhof packen und die kannst du wieder rausholen, weil es tatsächlich nur mit Sachen interagiert, die auf dem Schlachtfeld stattfinden. Aber wie gesagt, das muss man halt einfach ganz klar kommunizieren, was er da macht. Das stimmt, ja. Weil du hast ja dann auch diese Death-Trigger nicht mehr. Stimmt. Schick ist die Städte-Send-Exil. Richtig, ja genau. Das ist dann für Decks, die halt wirklich darauf triggern, ein Problem. Aber ich finde es halt lustig, weil man halt, also es würde auf jeden Fall aus meiner Sicht Sinn machen, einen Type-Hill-Deck da rumzubauen. Und da gibt es halt einen sehr, sehr lustigen Commander aus Viles of Eldraine tatsächlich, der ziemlich gut reinpassen würde, weil er selber eine Ratte ist und weil er Ratten machen kann. Und zwar Baron Wusel, König der Kanalisation. Für 2 und Schwarz, eine legendäre Kreatur, Ratte-Art, Liga 3-3 und sagt immer, wenn eine andere Ratte unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, schicke bis zu eine Karte deiner Wahl. aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil und zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erzeugst du einen 1-1 schwarze Ratte-Kreaturen Spielstein mit diese Kreatur kann nicht blocken. Das heißt, das ist auch so ein bisschen Graveyard Hate schon wieder. Diesmal ist es aber so, dass man Sachen entfernt, die schon im Friedhof sind. Aber ich finde halt das ganz gut, weil meistens reicht es ja, wenn man irgendeine schlimme Karte wegnimmt oder so und dann halt vielleicht eine Kombo unterbinden kann und das funktioniert wieder sehr gut mit dem Commander, weil der natürlich die Ratten erzeugt, die dann stärker werden wie jede andere Ratte, die man hat. Deswegen fand ich den eigentlich an der Stelle ziemlich witzig, aber auch sehr gut eigentlich, weil wie gesagt, einmal pro Zug, wenn man in den Kampf geht bei sich selber, eine Karte entfernen zu können, ist halt immer, nee, warte mal, der macht in, zu Beginn des Kampfes und dann erzeugst du eine Ratte genau und deswegen kannst du was exilen, so rum, genau. Also wenn du noch, wenn du dann ganz viele Ratten machst, wenn ein anderer Ratte oder der Karte ins Spiel kommt mit dem Commander, sagen wir mal, das sind irgendwie vier gestorben, dann kriegst du vier Ratten, dann hast du vier weitere Karten in das Exil schicken. Okay. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Synergie, würde ich sagen, mit dem Commander, zurückwirkend betrachtet. Auf jeden Fall. Ja. Und tatsächlich eine meiner Lieblingsratten, ich mag der Baron Wusel total gerne. Ja, der Name ist auch schon total cool. Ich glaube, das ist mal wieder so eine Karte, wo die deutsche Übersetzung der Englischen wieder mal voraus ist, finde ich. Absolut. Und dann gibt es noch so schöne Karten aus Eldraine, Baron, Wusels Metzger und so weiter. Also sehr, sehr cool. Ja, genau. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man jetzt die ganzen, also wie kriegt man viele Kreaturen von den Gegnern weg und da ist halt eine sehr gute Karte, die war unter meinen Top-5-Karten aus Modern Horizons 3 und zwar der verfluchte Marodeur für 1 und schwarz eine Kreatur Zombie Krieger hat 2,1 und wenn der ins Spiel kommt, opfert jeder Spieler eine Nicht-Spielstein-Kreatur. Da opfert man halt eben seinen eigenen verfluchten Marodeur, er ist ja eh keine Ratte und Gegner opfern jeweils eine Kreatur und können sich halt nicht auf Spielsteine rausreden, das ist ja das Gute daran. Das heißt, die Kreaturen sind weg und ja, man bekommt am Ende des Zuges auf jeden Fall drei von diesen Ratten, die dann halt sehr, sehr stark sind. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und ich habe hier noch einen Ratten-Commander rumliegen, den ich irgendwann mal zu Jumpstart 2022 gezogen habe. Der würde da auch super gut reinpassen. Und zwar Aschpelz vom Schattenschwarm für drei schwarzen legendäre Kreatur, Ratte, Hexen, Meister hat drei, vier und immer wenn ein Aschpelz vom Schattenschwarm angreift oder blockt, erhält jede andere Ratte, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges plus x, plus x, wo x gleich der Anzahl an Ratten ist, die du kontrollierst. Also das ist schon mal ganz schön stark, vor allem wenn man ganz viele Spielsteine eben machen kann. Aber auch zu Beginn deines Endsequements kannst du vier Karten millen, falls du dies tust, bringe bis zu zwei Ratte, Kreaturen, Spielsteine aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Das heißt, du bekommst so die ganzen Ratten noch hin, du könntest so ein Entschuldigung, so ein Relentless Rat Deck draus bauen zum Beispiel, also wo du quasi ganz viele Ratten drin spielen darfst, so oft du magst im Prinzip, weil das diese Regel aufhebt von einem Singleton. So würde man auf jeden Fall denke ich, viel Wert rausziehen können und wenn man jetzt richtig fies ist, dann nutzt man das noch ein bisschen mehr, dass man die gegnerischen Kreaturen lieber im Friedhof sehen möchte, beziehungsweise im Exil an der Stelle. Mit so einer Karte wie den Todespakt, der eben 1 und 3 Schwarz kostet, ist eine Verzauberung und sagt, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, opfert jeder andere Spieler eine Kreatur. Somit könnte man das auch sehr fies beenden teilweise, weil wenn man dann beispielsweise so eine kleine Engine hat, dass man seine Kreatur opfert, alle Gegner müssen auch eine opfern, dann vielleicht noch eine weitere Opfer, dann müssen sie wieder alle eine opfern. Dann sind wir schon bei sechs Kreaturen beispielsweise und dann kriegt man sechs Ratten, die halt jeweils sich stärker machen können. Also ich denke, da kann man ein lustiges Deck drum bauen und das würde mich interessieren, Frau Hase, was denkst du? Also das Einzige, was mich an Aschenpelz stört, ist, dass er nur in Jumpstart gedruckt worden ist, keinen Reprint gekriegt hat und aktuell relativ teuer ist. Das ist das, was mich daran stört. Also Baron Wusel finde ich ja toll, ist eine meiner Lieblingsrattenkarten aus Eldraine. Ja, ich muss halt sagen, Todespakt ist definitiv eine starke Karte, aber die gehört für mich auch irgendwie ein Stück weit in Rattendecks rein. Ja. Ja, also, wie gesagt, ansonsten finde ich Ren sehr, sehr interessant, ist ein cooler Rattenkommander, wobei ich allerdings sagen muss, mich würde eher der dreifarbige Rattenkommander reizen mit Vic, dem Wirtelhirn. Legendäre Kreatur, Rattenhexenmeister, drei beliebige, ein schwarzes, zwei, vier und immer wenn Vic oder eine andere Ratte unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erzeuge einen 1,1 schwarzen Gehäuseschnecken Kreaturen Spielstein, falls ich keine Gehäuseschnecke kontrolliere. Lege sonst eine 1 plus 1 Marke auf eine Gehäuseschnecke, die ich kontrolliere. Kostet, also für Grixes Opfer eine Gehäuseschnecke, Vic fügt jedem Gegner Schadenspunkte in Höhe der Stärke der geopferten Kreatur zu, ziehe dann eine Anzahl an Karten in Höhe der Stärke der geopferten Kreatur. Also das Coole an dem finde ich, dass er die Eldraine-Ratten, die rot-schwarz sind, eben auch mitnimmt und die so ein bisschen vereint mit den Bloom-Burrow-Ratten, die eher so Dimir-Farben sind. Das stimmt. Und er hat halt Card-Draw auf sich drauf gedruckt, das ist halt auch immer stark. Er ist tatsächlich nur einfarbig zum Wirken, könnte tatsächlich dann leichter zum Spielen sein als jetzt unser Ren. Und wie gesagt, also mit dem Grixes, also äh, doch. Ja, doch. Mit der Farbidentität, ja. Mit der Farbidentität, das finde ich halt einfach richtig cool. Ja, ich habe noch ein paar Karten rausgesucht. Ich habe, ähm, dazu die vollkommene Kanalhexe rausgesucht, eine Kreatur Mensch-Hexenmeister, drei, vier, kostet drei beliebige, zwei schwarze. Wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge ich einen schwarzen Ratte-Kreaturen-Spielstein, mit dieser Kreatur kann nicht blocken und erzeuge für jede Ratte, die ich kontrolliere, einen an sie angelegten böse-Rollen-Spielstein. Das ist natürlich, ähm, sagen wir es mal so, achso, ich müsste auch böse Rolle vorlesen, oh, Entschuldigung. Böse Rolle ist, falls du bereits eine andere, daran angelegte Rolle kontrollierst, lege die alte Rolle auf den Friedhof, die verzauberte Kreatur hält eins plus eins. Das heißt, alle unsere Ratten sind dann mindestens zwei Zweier und wenn diese Aura auf einen Friedhof gelegt wird, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Also, ich mag natürlich diese Synergien mit böse Rolle, Spielsteinen und Kreaturen entweder Opfern einzeln oder man könnte sein Board auch selber mit einem Board Vibe hochjagen und dadurch sehr viel Schaden verursachen. Ja, das stimmt. Braucht zwar ein bisschen Setup die Karte und ist jetzt in Dimir-Farben auch nicht so gut, weil ich ja, wenn ich Rot mit dabei habe, auch sowas wie blasphemische Tat spielen kann und all meinen Kreaturen 13 Schaden mache. Stimmt. Aber gibt es auch Möglichkeiten, mit Sec-Outlets zu arbeiten oder so, die einfach dich opfern lassen, Phryxianische Altar oder irgendwas, damit du eine Bekommst. Oder Aschnotz-Altar oder sowas, aber da kann ich natürlich auch gut Schaden machen und gerade, wenn ich ein großes Board habe mit vielen Ratten und die Lebenspunkte von meinen Gegnern, unter 20 sind, ist es durchaus ein valides Mittel, das Spiel zu beenden. Das stimmt, ja. Kann ordentlich reinknallen auf jeden Fall. Kann ordentlich reinknallen. Ja, und dann habe ich noch einen weiteren Rattenlord rausgesucht mit Karamonix, König der Ratten, legendäre Kreatur Phryxianische Ratte 3-3, ein beliebiges Zwei-Schwarze, hat Toxisch 1 und Spieler, denen von dieser Kreatur Kampfschaden zugefügt wird, erhalten außerdem eine Giftmarke. Andere Ratten, die ich kontrolliere, haben Toxisch 1. Wenn er ins Spiel kommt, schaue ich mir die obersten 5 Karten meiner Bibliothek an. Ich kann davon eine beliebige Anzahl an Rattenkarten offen vorzeigen und sie auf meine Hand nehmen und lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter die Bibliothek. Ja, wie gesagt, Rattischer Lord, klassischer Rattenlord, so rum. Und ist natürlich auch ein Finisher mit dem Toxisch 1. Oh ja. Und wenn man dann noch irgendwie Cover of Darkness oder so da hat, was erst diesen schönen Reprint gekriegt hat. Dann können die nicht mehr geblockt werden richtig und dann gewinnt man das Spiel. Dann gewinnt man das Spiel. Und dann habe ich auch noch eine Karte rausgesucht aus Moderne Horizonte 2. Das ist die Wiederkallende Rückkehr, eine Hexerei für ein Schwarzes. Und zwar bringe eine Kreaturenkarte meiner Wahl und alle anderen Karten mit demselben Namen wie jene Karte aus meinem Friedhof zurück auf deine Hand. Das ist natürlich gut, wenn man eine von diesen Relentless Rats Rattenkolonie-Karten und so weiter spielt. Ja. Dann geht es alle zurück. Dann gehen sie alle zurück. Ja, wie gesagt, also Ratten-Decks sind halt dann meistens sowieso stärker, wenn sie eine von den Rattenkarten enthalten, die sagen, du kannst eine beliebige Anzahl drinnen haben, als wenn du jetzt sagst, du möchtest möglichst viele verschiedene Ratten spielen. Ja, das stimmt. Ja, sehr, sehr schön. Das war quasi Bren. Aber du hast dir noch einen weiteren Commander rausgesucht. Magst du es mal vorstellen? Ja, ich habe mir einen weiteren Commander rausgesucht, weil es werden sich bestimmt alle gefragt haben, wo jetzt der Hase bleibt. Und da ist er nämlich auch schon Bailen der Haymaker oder Bailen der Drescher, legendäre Kreatur, Kaninchenkrieger, rot, grün und weiß. Er ist 4-3 und er hat Tappe zwei ungetappte Spielsteine, die ich kontrolliere, erzeuge ein Mana einer billigen Farbe. Tappe drei ungetappte Spielsteine, die ich kontrolliere, ziehe eine Karte. Tappe vier ungetappte Spielsteine, die ich kontrolliere, lege drei 1-1-Marken auf Beile in den Drescher. Er verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zugs. Ja. Also auch wieder so einer der Commander, von dem man sagt, er ist der stärkste Commander in diesem Deck. Auch wieder so die Kategorie sehr gehypt oder bastelt. In unserem Fall geht er mit einem Käse-Karotten-Sandwich Infinite. Ja. Und das Coole dran ist, er bezieht sich ja nicht nur auf Kreaturen-Token. Also er bezieht sich ja auch auf Nicht-Kreaturen-Token, das heißt sowas wie Speisen, Hinweise, Blut, Artefakte, also alle Artefakt-Tokens, Schätze und so weiter. Darauf bezieht sich ja der Effekt. Und er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Commander, der auch gerne viele Kreaturen-Tokens auf dem Feld hat. Ja. Und es ist eigentlich alles drauf, was man gerne von einem Commander haben möchte. Er produziert Mana, er zieht Karten und dann bufft er auch noch sich selbst. Und das Beste dabei ist, die Spielsteine ist egal, ob sie Summoning Sickness haben, also Einsatzverzögerung, denn die Fähigkeit ist aktiviert vom Commander, das heißt, du kannst auch Spielsteine, die gerade reingekommen sind, tappen für die Fähigkeit. natürlich passt er sehr gut in dieses grün-weiße Hasen-Thema vom Set, nimmt noch die paar roten Hasen mit, die wir jetzt hätten, wie zum Beispiel die Kaninchen-Batterie aus Kamigawa und so weiter und man könnte schön ein Deck bauen rund um das Volk der Hasen mit ihm auch. Aber er ist ja natürlich mal wieder so ein Kombo-Piece. Man kann mit ihm endlos Mana machen, endlos Karten ziehen, einen unendlich großen Hasen machen. Ja. Was ja auch lustig sein kann. Ja, was natürlich auch lustig sein kann. Das Einzige, was er nicht hat, ist Trampelschaden, Eile und Abwehr. Trampelschaden kriegt er ja durch seine Fähigkeit. Achso, ja stimmt, das habe ich vergessen. Gut, dann ist es Eile und Abwehr. Warum nicht gleich Fluchssicherheit? Ja, warum nicht gleich Fluchssicherheit? Gut, aber das könnte man natürlich auch erledigen. So ein Mithrilhemd steht ihm bestimmt gut. Ja, genau, oder Swiftfootboots oder so, damit er dann die Eile hat. Ja, also das ist ein Commander mit dem möchte man gerne angreifen. Und dann habe ich noch eine sehr, sehr schöne Karte rausgesucht. Also es ist eine meiner Lieblingskarten aus dem Set, die auch wirklich gut zu ihm passt. Das ist die Hexerei Verlockung der Kaninchen für zwei beliebige ein weißes hat verlockendes Angebot. Sie eine Karte erzeugen einen 1-1 weißen Kaninchen Kreaturen Spielstein. Und dann kann jeder Gegner eine Karte ziehen und einen 1-1 weißen Kaninchen Kreaturen Spielstein erzeugen und für jeden Gegner, der dies tut, ziehe ich eine Karte und mache einen 1-1 weißen Kaninchen Kreaturen Spielstein. Also so verlockende Angebotssachen, das sind halt immer Sachen, die können funktionieren, müssen aber nicht. Es muss sich halt immer einer darauf einlassen und wenn sich einer darauf einlässt, dann machen es natürlich alle. Und wenn das verlockende Angebot funktioniert, dann sind das schon mal vier Karten, die ich ziehe und vier Spielsteine, die ich bekomme. Und damit ist das eigentlich einer der besten Kartenzieheffekte in Weiß, den wir haben. Nach paar weiße Probleme. Naja, ja, aber paar weiße Probleme macht auch keine Kaninchen. Das ist ein guter Punkt. Ich habe halt die Erfahrung gemacht mit so verlockenden Angebot, dass die meistens keiner wahrnimmt, weil sie genau wissen, dass das eigentlich ein schlechter Deal ist. Aber wenn man beispielsweise hinten ist und sagt, ich brauche unbedingt eine Karte oder so, kann ich mir vorstellen, dass es das irgendwie ins Rollen bringt, weil man sagt, komm, die eine Karte kann Frau haben. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich irgendwas ziehe oder so. Ja, was kann das schon schaden? Ja, und wie gesagt, ich finde es tatsächlich dann auch nicht schlecht, für drei Mana einen Spielstein zu bekommen, den Beilen ja sowieso mag und eine Karte zu ziehen und ja, ja, wie ist tatsächlich so eine Karte, kann klappen, kann nicht klappen, spätestens wenn man gemeinsam nach einem Board-Vibe sucht, ist das eine Karte, die man gut ausspielen kann. Ich hätte da was. Vielleicht ziehe ich ja was nach. Vielleicht ziehe ich ja was nach, genau. Ja. Und dann habe ich eine weitere Karte rausgesucht aus Bloomborough, das ist das Gastwirtstalent, eine Verzauberung Klasse für eins und ein grünes. Zu Beginn des Kampfes in meinem Zug lege ich eine 1 plus 1 Marke auf eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere. Stufe 2 ist ein grünes, permanente mit Marken, die ich kontrolliere, haben Abwehr 1. Da haben wir dann auch schon unser Abwehr Wort. Und Stufe 3, für drei beliebige ein grünes, falls ich eine oder mehr Marken auf ein Permanent oder ein Spieler legen würde, lege ich stattdessen doppelt so viele drauf. Ja. Eskaliert schnell. Es eskaliert. Weil ein Mark 1 plus 1 Marken, das ist das Schöne an der Klasse und das ist auch das erste Mal, dass wir einen Effekt haben, wo ich eine 1 plus 1 Marke auf eine Kreatur lege und dann später verdopple. Und Abwehr 1 ist natürlich auch klasse. Das stimmt, ja. Das ist sogar fast so gut wie Doubling Season. Das würde theoretisch auch für Planeswalker funktionieren. Genau. Für Lore Counter von Sagen, bin ich gar nicht sicher. Ja. Das würde auf jeden Fall eskalieren. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich finde es fast ein bisschen besser als Doubling Season, gerade wenn man so mit 1 plus 1 Marken interagieren möchte, weil ich ja dann auf Stufe 2 noch Abwehr 1 habe, auf alles. Ja, stimmt, ja. Stimmt. Das gilt ja für Permanente. Das ist natürlich ganz gut, wenn auf einer Verzauberung irgendwie eine, hätten theoretisch Sagen ja auch dann. Hätten Sagen auch dann und das Gastwirtstalent hätte dann auch Abwehr 1. Hätte es? Ich weiß nicht genau, das ist ja keine Marke. Ah ne, stimmt, ne, er hat da selber keine Marke, ne. Aber wenn du eine drauflegen kannst, irgendwie dann schon. Dann natürlich schon. Also könnte man theoretisch auch machen, jetzt nicht in den Farben, aber mit Goldbeer oder sowas könnte man schon Marken rüberschieben auf die Klasse. Ja. Das wird dann in Tom Bombadil gehen. Stimmt, ja. Ihr fasst meine Sagen nicht mehr an, ich habe sie erzählt. Fasst meine Sagen nicht mehr an. Darüber wird sich Tom freuen. Ja, das ist eine coole Karte. Ja, also ich hatte schon, also für die Leute, die jetzt die Folge schon hören, ich hatte ja gegen das Deck auch gespielt bei der Underworld Championship und ich muss sagen, es war immer relativ schnell eine starke Bedrohung, muss man sagen, auch ohne Unendlichkeits Kombos, tatsächlich mit sehr vielen potenziellen Kombos, weil ich das dann durch diesen Combo-Finder von IDA-Track durchgejagt habe, gab es zwar keine Kombos in dem Deck, aber es gab 14 potenzielle Kombos, wo einfach nur eine Karte mehr und dann, wie du schon sagst, ein Karotten-Case-Sandwich auch noch lustig finde, ist eine Karte aus Streets of New Carpena, die jetzt bisher noch nie wirklich so ein richtiges Deck bei mir gesehen hat, aber dass der Commander ja so stark auf Spielstände gehen möchte, ist der Halo-Brunnen ganz lustig, für zwei und weiß ein Artefakt und sagt, für ein weißes kann man und tappen und eine getappte Kreatur, die du kontrollierst, also es muss dann schon so ein getappter Spielstein sein, wegen mir, das ist ja egal, du kriegst die ja getappt durch den und dann erzeugt man einen 1-1-Grün- und weißen Bürger-Kreaturen-Spielstein, was schon mal ganz gut ist, wenn man noch mehr Karten ziehen muss, weil man schon die ganzen Spielstein-Kreaturen getappt hat, kann man für zwei weiße und tappen und zwei getappte Kreaturen tappen, die man kontrolliert, eine Karte ziehen, eine weitere und wenn man jetzt ganz viel von diesen getappten Kreaturen hat und das kriegt man ja alles so einfach hin mit dem Commander, weil der tappt die ja einfach, für fünf weiße und tappen in Tappe fünf zehn getappte Kreaturen, die du kontrollierst, du gewinnst die Partie. Das ist halt quasi so ein I win Ding. Ja, aber es würde dich in der Regel keiner machen lassen, also ich habe den Halo Brunnen ja auch in meinem Kadira-Deck, da möchte ich ja sehr viele Kaninchen-Token machen und das ist eigentlich eine Karte, die sehr, sehr schnell einen Artefakt Removal bekommt. Das stimmt, ja. Wobei ich finde es halt witzig, dass es halt relativ einfach ist, mit dem Commander diese getappten Kreaturen hinzubekommen, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wenn man die nicht so tappen kann, wie das eben Bailan macht, hat man das Problem, dass man auch, das muss ja irgendwie angreifen und damit sie überhaupt getappt werden oder so. Von daher denke ich mal, ist das in dem Deck vielleicht sogar noch spielbarer. Und ich meine, selbst wenn du jetzt nur sagst, du machst einen weiteren Spielstein eben mit dem Halo Brunnen zum Beispiel, du tappst ja eine, machst eine neue, die du dann wieder tappen kannst für zwei Kreaturen tappen und dann darfst du wieder Mana machen und so. Also ich finde, da gibt es auf jeden Fall, wäre ein gutes Deck dafür. Und eine andere Karte, die halt unheimlich cool ist, finde ich, weil die kann teilweise echt viele Spielsteine ausspucken, ist die Artefakt-Mutation für Rot und Grün Spontanzauber und sagt, zerstöre ein Artefakt deiner Wahl, es kann nicht regeneriert werden, erzeuge X, 1,1, grüne, Zapro, Link, Kreaturen, Spielsteine, wo X gleich den Mana-Betrag des Artefakts ist. Das heißt, wenn jemand irgendwie eine 6-Mana-Artefakt spielt, kannst du sie für zwei wegschießen, was immer noch relativ gut ist eigentlich für eine Artefakt-Entfernung. Allerdings bekommst du halt 6 Spielsteine, wo du wieder sagen kannst, okay, vielleicht mache ich einen Commander stärker oder ich ziehe einfach Karten oder sowas. Ich finde, da gibt es schon einige coole Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Wie gesagt, man kann ihn ja auch als Hasenvolk-Deck bauen, was mir auch sehr gut gefallen würde. Und ich habe ihn ja gespielt beim Jubiläum-Stream von der Commander-Schmiede. Da hat Shiny ein Deck gebaut, hat gehabt rund um das Thema Beilen und Food-Tokens und das war schon ein sehr, sehr cooles Deck zum Spielen. Das glaube ich. Da war ich so frei und habe Shinies Liste gespielt. Also, wie gesagt, sehr cooles Deck, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, so als Hasen-Deck würde es mich natürlich auch reizen. Vor allem, weil ich ja dann Kaninchen-Batterie auch reinpacken kann, was natürlich auch sehr cool ist und passt die ja nicht so gut da rein. Weil es ja rot ist. Oh, aber das ist ja eigentlich auch lustig. Dann gebe ich ihm Eile mit der Kaninchen-Batterie. Wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Vielleicht sollten wir nochmal kurz vorlesen, was die Kaninchen-Batterie überhaupt kann. Das ist für einen rotesten Artefakt-Kreatur ausgerüstet. Kaninchen hat 1,1 und hat Eile und die ausgerüstete Kreatur erhält plus 1, plus 1 und hat Eile. Das heißt, da kann man schnell angreifen und rekonfigurieren für rot. Das heißt, man kann es für die rote Mahne an eine Kreatur anlegen oder eben wieder ablegen an eine Kreatur. ist auf jeden Fall denke ich mal ein sehr lustiger Commander, macht wahrscheinlich auch sehr viel Spaß zu spielen. Man muss nur ein bisschen aufpassen wahrscheinlich, dass man da nicht übertreibt. Es sei denn, dass der Podmark das mit den Leuten wieder was spielt, dass man wieder infinite gehen kann relativ leicht, aber ja, finde ich sehr witzig. Also ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß mit dem Commander und dem Food-Thema, was da drin war. Also richtig toll. Ja, schon auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann kommen wir zum letzten Commander tatsächlich. Den habe ich mir rausgesucht und den habe ich auch gespielt bei Tobi beziehungsweise bei der Underworld Championship bei Elder Demon Highlander und zwar geht es um Bria die Strömungsdieben oder Bria Riptide Rogue für zwei blau und rot eine legendäre Kreatur Otter Räuber hat 3-3 und Bravour das heißt immer wenn du einen Nicht-Kreatur Zauberspruch wirkst erhält diese Kreatur plus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges dann andere Kreaturen die du kontrollierst haben Bravour also hat eine Kreatur mehrfach Bravour wird jedes Vorkommen einzeln ausgelöst stell extra nochmal drauf und immer wenn du einen Nicht-Kreatur Zauberspruch wirkst kann eine Kreatur in der Wahl die du kontrollierst in diesem Zug nicht geblockt werden und das ist auf jeden Fall erstens mal ist das Artwork ganz süß mit dem Otter der da irgendwie auf dieser einen Welle reitet zudem fand ich das hat mich sehr sehr stark an also ich würde versuchen habe versucht den so ein bisschen auf Token-Strategie zu bauen und halt eben das mit dem Bravour auszunutzen und viel mit spontan Zaubern Hexereien zu arbeiten denn es hat mich dann relativ stark an meinen ersten Commander ändert so ein bisschen in Richtung Broodiglad weil der will ja auch viele Spielsteine machen jetzt vielleicht nicht so viele speziell spontan Zaubern Hexereien spielen aber ich finde es hat so ein bisschen Überschneidungen deswegen habe ich da auch Karten in das Deck reingetan die halt auch ganz gut passen wie beispielsweise Ikono Klastien vom dritten Pfad für blau und rot ist es ein Kreatur Mensch-Mönch hat 2-1 und immer wenn du einen Nicht-Kreatur Zauberspruch wirkst erzeuge einen 1-1 farblosen Soldat-Artefakt Kreaturen-Spielstein das heißt wenn man dann seinen spontan Zauber wirkt dann wird es schon zu einer 2-2 wenn der Commander liegt weil dieser Spielstein hat eben Bravour finde ich ziemlich cool auch ein relativ neuer Commander tatsächlich aus ich glaube Thunder Junction den Commander-Decks ist Eris-Tosende Sturmböe der kostet relativ viel erstmal auf den ersten Blick 8 blau und rot ist eine legendäre Kreatur Elementarwesen Hexenmeister hat 4-4 und sagt dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jeden unterschiedlichen Mana-Betrag unter den Spontanzauber- und Hexereien-Karten in deinem Friedhof 2 weniger fliegend Bravour und immer wenn du deinen zweiten Zauberspruch innerhalb desselben Zuges wirkst erzeugt ein 4-4 rote Drachen Elementar Kreaturen Spielstein mit Flugfähigkeiten Bravour das heißt die Spielstein die er ausspuckt und er selber hat schon Bravour das heißt mit dem Commander würde der für einen Nicht-Kreaturzauber schon mal plus 2 plus 2 bekommen was auch wieder echt stark ist und dass man eben noch Kreaturen erzeugen kann also das ist auf jeden Fall sehr sehr cool und der kann auch relativ günstig werden also ich hatte auch schon in ein paar Spielen die ich mal so testweise gemacht hatte bei Moxfield ja 3-4 Instants und Sorceries mit verschiedenen Mana-Werten war jetzt nicht so schwer in den Friedhof zu kriegen also den kann man schon mal für 4 wirken wenn man Glück hat sogar für 2 auf jeden Fall ein cooler Commander der Iris der gefällt mir tatsächlich besser in dem Precon als jetzt der Face Commander als der Face Commander ja das stimmt der ist auch echt cool wie man jetzt das noch ein bisschen aussetzen kann weil man ja Instant also Spontanzauber und Hexereien viele wirkt ist wenn man so ein bisschen die Magiefertigkeit mit reinnimmt oder Magecraft und da gibt es halt eine sehr sehr starke Karte und zwar Sturmofen-Künstler für 3 und Rot eine Kreatur Zwerg Schamane hat 2,2 und sagt der Sturmofen-Künstler erhält plus 1, plus 0 für jedes Artefakt das du kontrollierst und eben Magiefertigkeit immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst erzeuge einen Schatzspielstein das heißt wenn man da immer wieder Instant also Spontanzauber Hexereien wirkt dann kriegt man eben immer mehr Spielsteine also Artefaktspielsteine die man wieder nutzen könnte um wieder weitere Zauber zu wirken und eine Karte die ich auch im Deck drin hatte aber nicht ne ich sage jetzt nicht dazu aber eine Karte die ich im Deck drin hatte die halt gewisses Kombo-Potenzial hat eben ist Dunst des Zorns für 1 und Roten Hexerei hat eben Rückkauf 2 das heißt du kannst zusätzlich zu 2 bezahlen so wie du diesen Zauberspruch wirkst falls du dies tust nimm diese Karte auf deine Hand so wie er verrechnet wird und Kreaturen die du kontrollierst erhalten plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges und hat noch Sturm das heißt wenn du diesen Zauberspruch wirkst kopiere ihn einmal für jeden Zauberspruch der in diesem Zug vor ihm gewirkt wurde wenn man jetzt den Sturmofen Künstler liegen hat von eben und sagen wir mal schon ein bisschen Mana offen hat dass man das mindestens zweimal machen kann weil wenn man Dunst des Zorns wirkt mit Rückkauf dann kriegt man einen Schatzspielstein wenn man dann schon zum zweiten Mal wirkt kriegt man zwei Schatzspielsteine beim dritten Mal kriegt man drei Schatzspielsteine man wirkt das und man kopiert es für jede Zauber die man vorher gewirkt hat also man kriegt immer mehr Schätze irgendwann hat man unendlich viel Mana Kreaturen werden unendlich stark und Kreaturen werden unblockbar vor allem weil der Commander sagt ja dass man Kreatur auswählen kann die dann nicht geblockt werden kann eine ziemlich fiese Kombo aber an der Stelle auch ganz lustig man will ja irgendwann auch Spiele beenden können und ja das ist deswegen also den Otter finde ich irgendwie ganz lustig ich muss mal schauen ob ich den irgendwie auch nochmal nachbaue was denkst du denn Frau Hase also ich finde den Otter auch sehr cool also insgesamt gefällt mir das Thema vom Ottervolk hier in Bloomberg sehr gut dass die mit so Bravour-Spelslinger arbeiten und das Gute an diesem Deck finde ich dass es einfach so ein Spelslinger Aggro-Deck ist das heißt ich nutze wahrscheinlich meine Spontanzauberhexereien um irgendwelche Tokens zu machen und dann Bravour zu triggern und dadurch dass ich ja angreifen möchte sitze ich ja nicht so gelangweilt in meiner Kampfphase rum was einem schon mal bei Spelslinger passieren kann und das ist einfach eine coole Deck-Idee und diesen Dunst des Zorns finde ich tatsächlich auch sehr cool weil ich mag ja diese Rückkauf-Fähigkeit sehr gerne und Kentern ist auch noch mal so eine coole Rückkauf-Karte sollte man tatsächlich auch mal ein bisschen öfter spielen ja also tatsächlich eine schöne alte Fähigkeit von der ich mir jetzt auch wünschen würde da würde mal wieder was kommen dazu ja wahrscheinlich auch schwierig das gut zu balanzen Kentern beziehungsweise Capsize was du meinst das lässt einen für insgesamt sechs Mann einen Permanenz Rück auf die Hand geben das kann aber an der Stelle auch ein Land sein ja kann auch ein Land sein und es sagt ja nicht ja welches permanent von welchem Spieler genau ich habe da noch ein paar Karten aus dem Deck aus dem Deck aus dem Set rausgesucht die da gut reinpassen würden zu dem Otter und mir ist als erstes der legendäre Planeswalker Raal untergekommen Raal knisternder Verstand zwei beliebige blau und rot kommt mit vier Loyalitätsmarken ins Spiel und immer wenn ich einen nicht Kreaturenzauber wirke lege ich eine Loyalitätsmarke auf Raal knisternder Verstand für plus eins erzeuge ich einen eins eins blauen und roter Otter Kreaturen Spielstein mit Bravour für minus drei ziehe ich drei Karten wirf dann zwei Karten ab für minus zehn ziehe ich drei Karten und ich erhalte ein Emblem mit Spontanzauber und Hexereien die ich wirke haben Sturm also immer wenn ein Spontanzauber oder eine Hexerei wirke kopiere ich ihn beziehungsweise sie einmal für jeden Zauberspruch den er in diesem Zauber der in diesem Zug von ihr gewürgt wurde genau zu viel Text drauf also was ich richtig cool finde ist er kommt ja schon mit vier Loyalitätsmarken für vier Mana rein das ist schon mal gut dass er nicht mit weniger Loyalität reinkommt als ich Mana bezahle das ist meistens keine tolle Eigenschaft von Planeswalkern wobei Planeswalker ja eh in Commander immer so eine Sache sind also manche spielen sie recht gerne manche Leute streuen sie ein andere mögen sie überhaupt nicht aber die statische Fähigkeit die drauf ist ist gut die unterstützt das was dein Deck haben möchte und die Plus Eins Fähigkeit ist auch wirklich super weil ich damit einen Otter erzeugen kann von Minus Drei bin ich jetzt nicht so begeistert drei Karten ziehen zwei Abwerfen vielleicht mal im Notfall aber ich möchte eigentlich eher auf die Minus Zehn Fähigkeit raus mit Rahl ja weil ich da einmal quasi so Thousand Years Storm drauf habe also diesen Jahrhundertsturm Verzauberung für vier beliebige Blau und Rot und immer wenn ich einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirke kopiere ich ihn beziehungsweise sie für jeden anderen Spontanzauber oder andere Hexerei die ich zuvor in diesem Zug gewirkt habe ich kann neue Ziele für die Kopien bestimmen sehr stark sehr sehr stark also ich glaube da möchte man möglichst schnell hin auf die Minus Zehn Ja das möchte man muss nur schauen dass man wahrscheinlich in dem Zug auch wirklich die einiges an Mana hat oder irgendwie generieren kann oder so dass man das auch wirklich kann Ja also und das ist natürlich auch ein gutes Ziel für Removal Ja Und was sehr sehr gut reinpasst das ist das Künstlertalent eine Verzauberung Klasse also ich finde es ja toll dass überhaupt Klassen wieder zurück sind in Gloomborough ich war ja immer schon ein Fan davon kostet 1 und ein rotes und immer wenn ich einen nicht Kreaturen Zauberspruch wirke kann ich eine Karte abwerfen falls ich dies tue ziehe ich eine Karte auf Stufe 2 2 und ein rotes nicht Kreaturen Zaubersprüche die ich wirke kosten beim Wirken ein farbloses weniger und Stufe 3 zwei beliebige ein rotes falls eine Quelle die ich kontrolliere einem Gegner oder einem permanent was ein Gegner kontrolliert nicht Kampfschaden zufügen würde fügt sich stattdessen so viele Schadenspunkte plus 2 zu also der erste Effekt auf Stufe 1 ist ja schon mal richtig gut das heißt ich kann looten so ein bisschen rausfiltern was ich für Karten mag und was ich für Karten nicht mag und passt halt auch wirklich gut in dieses Spellslinger Decks Stufe 2 ist unser guter Goblin Electromancer und auf Stufe 3 hat sich ein Torbrand verirrt und ist eine gute Option hier einfach mal das Spiel zu beenden und das ist halt glaube ich auch so der Punkt weshalb man nicht so gerne gegen Spellslinger Decks spielt weil man immer das Gefühl hat die zögern dann das Ende irgendwie raus und können das Spiel nicht wirklich beenden ja und das Deck soll es auf jeden Fall können weil Kreaturen werden dann unblockbar also das ist der Riesenvorteil von dem Commander ja ja und dann habe ich hier noch so eine kontroverse Karte rausgesucht mit der Sturmspalterin Kreatur Otter Zauberer 3 beliebige ein rotes 1 4 mit Eile und immer wenn ich einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirke erzeuge ich einen Spielstein der eine Kopie der Sturmspalterin ist schicke den Spielstein zu Beginn des nächsten Endsegments ins Exil ja relativ neue einzigartige Kreatur weil bis jetzt hatten wir ja keinen Storm auf irgendwelchen Kreaturen und ein bisschen Nachteil ist dass ich sie quasi zuerst spielen muss und dass sie eine Runde lang liegen bleiben muss bevor ich dann eben die Fähigkeit nutzen kann aber ich habe da natürlich sehr sehr viele Tokens mit einem exponentiellen Wachstum also sowas wie die Sturmspalterin und 5 Sprüche ergibt 32 Tokens ja stimmt ja jo das ist übel das kann schnell eskalieren und vor allem mit Bravour noch macht das nicht noch mehr Spaß absolut aber wie gesagt der Riesennachteil ist halt du musst sie eine Runde lang beschützen ja das stimmt wobei wir würden wahrscheinlich ein bisschen später ausspielen aber ja die gefällt mir auch ganz gut die habe ich übrigens auch in dem Deck drin gespielt aber nicht gezogen schade schade genauso wie das Künstler sein habe ich auch gespielt also es ist auf jeden Fall und Rall habe ich natürlich auch drin gehabt also es war es ist schon ein sehr sehr schönes Deck was ich bei dem Deck noch anders machen würde also jetzt im Nachhinein betrachtet ich würde wahrscheinlich noch ein paar mehr Möglichkeiten über Zauber Token Spielstein also Spielsteine zu erzeugen noch reinnehmen damit es tatsächlich noch ein bisschen mehr in die Breite geht tatsächlich aber ja war auf jeden Fall ein sehr sehr cooles Deck und ich finde den Commander halt auch ganz cool ja hat so ein bisschen Klick gemacht an der Stelle als der gespoilert wurde das dachte mir oder sie fand ich schon echt cool ja auf jeden Fall ein richtig cooler Commander und ich finde es einfach auch schön dass eben dieses Thema mit den Ottern so viel Unterstützung gekriegt hat und dass man jetzt einfach mehrere schöne spielbare Decks bauen kann ja das stimmt ich denke mir auch dass da sich wahrscheinlich hier Freddy vom Commander Kompass endlich freuen wird ich weiß und ja ich bin gespannt welchen Commander er sich dann aussucht ja bin ich auch gespannt und wie dann sein Deck aussieht aber wie gesagt ich finde es halt immer schön wenn das Set selber genügend Karten hergibt dass ich damit einfach ein komplettes fast komplettes Commander Deck bauen kann das stimmt ja dann war Brea Riptide Rogue beziehungsweise Brea die Strömungsdiepen jetzt so der letzte Commander den wir rausgesucht haben ich finde es gibt einfach generell echt coole Commander in dem Set man kann sich da gut austoben man kann in die Typel Synergien reingehen jetzt bei Brea muss man das gar nicht mal trotzdem gut funktionieren das macht das jetzt auch so ein bisschen spannend finde ich weil es gibt viele Anlehnungen auf Types aber man muss es nicht so machen man kann es auch ein bisschen anders bauen ja dann sind wir jetzt schon am Ende der Folge tatsächlich ich habe auch jetzt nichts besonderes mehr in die Endphase reingeschrieben tatsächlich weil mir nichts Gutes eingefallen ist außer vielleicht was ich vielleicht noch anbringen kann nochmal zu sagen dass ich auf dem Command Fest bin wenn die Folge rauskommt das muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachschauen ist sehr wahrscheinlich der 9. August das heißt nächste Woche ist schon wenn ihr das hört das Command Fest und dann werde ich auch da sein und ich habe mein Deck jetzt endlich fertig gebaut mein Evil Deck das heißt ich werde auf jeden Fall dieses mit dem man kann diesen Spielmodus mal testen auf dem Command Fest würde mich auf jeden Fall freuen wenn ihr Bock drauf hättet falls ihr auch hingeht Frau Hase ich weiß aus verlässlicher Quelle dass du leider nicht da sein wirst nee ich bin leider nicht auf dem Command Fest aber ich wünsche dir ganz ganz viel Spaß und ich bin gespannt was du dann natürlich erzählst wie dein Evil Deck angekommen ist ja ich bin auch sehr gespannt ich werde es auf jeden Fall sogar noch testen tatsächlich an dem Tag wo jetzt die Folge heute rauskommt werde ich mal testen ob es irgendwie funktioniert ob ich noch ein bisschen nachjustieren muss da habe ich zumindest so eine Woche Vorlauf wo ich nochmal überlegen kann okay vielleicht müssen noch mehr Karten mit Downside rein oder es müssen vielleicht noch ein paar mehr rein die nicht so krasse Downside oder so krasse Upside haben wird sich dann zeigen und ja dann sind Ich sage vielen lieben Dank lieber Jakob dass ich dabei sein durfte hat mich riesig gefreut und es hat mir super viel Spaß gemacht über mein Lieblingsset dieses Jahr zu reden und über die ganzen tollen Commander die drin sind Ja freut mich auch sehr dass du da so viel Lust drauf gehabt hast vor allem bist du die erste Gästin oder erste Gast die in zwei Folgen zum gleichen Set dabei war bisher gab es das noch nicht also ein erstes mal neues auch wieder sehr schön ja sehr cool dann könnt ihr auf jeden Fall wieder in die Videobeschreibung schauen oder in die Shownotes da werde ich auf jeden Fall wieder alles von Frau Hase verlinken was es zu verlinken gibt ich glaube Twitter hast du ich glaube du hast TikTok Instagram YouTube alles alles verlinkt findet ihr da unten jeden lieben Dank genau und schaut auf jeden Fall mal vorbei lasst einen Follow da abonniert bei Frau Hase und dann bleibt nicht mehr viel zu sagen außer ganz viel Spaß beim Commander spielen